So, hallo ihr Lieben, ich bin Christian Schumann, mein Vater, Produktion und Diplom-Psychologe. Kann sein, dass ich dieses Video Sonntagabend rausbringe, vielleicht auch erst Montag, dann gibt es noch eine letzte Chance auf meinen Coach. Die größte Quote des Jahres ist 28%, August 28, mehr in der Videobeschreibung für meine Kurse. Ja, heute haben wir das zeitlose Thema, darf ich den Mann meiner Ex, nee, oh Gott, das sage ich schon, der Ex wieder, weil es eigentlich immer um den Ex geht. Darf ich den Ex-Mann meiner Cousine daten? So, jetzt war es richtig. Okay. Also den Ex-Mann der Cousine, nicht etwa den Cousin oder sowas. Ja. Gut, hallo Hemmschi, ich fordere noch mein Glück heraus und versuche es in einer Nachricht an dich und freue mich riesig, wenn es zur Beantwortung meiner Frage kommt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hat geklappt. Ich bin seit sieben Jahren treue Zuschauerin deines Kanals. Sieben Jahre. Da müsstest du ja bei den Allerersten dabei gewesen sein. Danke fürs treue Zuschauen und auch danke an dieser Stelle für all die Menschen, die mich unterstützen. Also hier auf YouTube erwähne ich auch immer gerne die Kanalmitgliedschaft, die muss ich mal gerade gucken. Es sind auch immer einige dabei, die mich immer extra unterstützen hier. Also vielen Dank dafür. Ich nehme das wahr. Ich sehe euch und freue mich da sehr drüber. Smart gucken hier. Ja, sind auch immer einige dabei. Genau. Vielen Dank. Dafür seht ihr übrigens bei den Kommentaren auch immer, wenn die so ein extra Zeichen haben. So. Ja, genau. Weiter im Text. Dieses Thema ist mir lange nicht begegnet. Ich kann behaupten, dass ich jedes deiner Video gesehen habe. Respekt. Vielen Dank dafür. Ich möchte deine Kurse gearbeitet haben und eines deiner Hörbucher hat jetzt mal eine digitale Bibliothek geschafft. Übrigens, das neue Buch kommt leider nicht als Hörbuch raus. Ich habe da überhaupt keinen Einfluss drauf. Also man gibt das dann so ab an den Verlag und die machen, was sie wollen damit. Und gibt es zwar eine Kindle, also eine digitale Version, aber kein Hörbuch. Bisher erst mal nicht. Darüber hinaus habe ich mich mit dem Thema Bindung auch in Fortbildung und Fachliteratur intensiv beschäftigt. So, jetzt fragen wir uns natürlich, was für ein Problem könnte mit so einem Profi dennoch entstehen? Schauen wir mal. Nun zu meiner Frage. Nach einer liebessüchtigen, toxischen Beziehung für acht Jahre habe ich mich Mitte 30 weiblich zunehmend aus diesem Muster rausgearbeitet. Dating Powers, erneutes Dating. Aber mit Trennungskompetenz und Grenzen, dann eine zweijährige Beziehung, die doch aufgrund unterschiedlicher Lebensvorstellungen auseinanderging. Ja, aber man sieht hier den Fortschritt bei dir. Seit knapp einem Jahr habe ich noch ein Single, hatte hier unter Dates, aus denen war nichts entstanden. Während der letzten Jahre hatte ich immer einen netten Kontakt mit dem Mann meiner Cousine. Wir verstanden es aufgrund ähnlicher Hobbys gut, aber es war nie mehr zwischen uns. Die beiden haben sich vor zwei Jahren getrennt, also bevor man jetzt denkt, Dreik, nee, und auch scheiden lassen. Und bei einem gemeinsamen Urlaub mit ihm vor vier Monaten sagte er mir, dass er sich mehr vorstellen kann. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie kommt ihr jetzt in Urlaub? Das ist jetzt aber einfach nur neugierig überlegt gerade, wie man dann mit dem Ex der Cousine plötzlich in Urlaub kommt. Und da wartet ihr ja noch nicht zusammen. Okay, ich zog mich zunächst irritiert zurück und konnte die Situation nicht einordnen. Was ich hier gut finde, da sieht man auch wieder die Kraft davon, dass er diesen Move gemacht hat. Also er hat einfach, das machen polare Männer, dass die einfach sagen, ja, ich habe Interesse an dir. Und nicht nur möchte ich deinen Kühlschrank hochtragen oder von dir in die Friendzone kommen, sondern ja, ich habe romantisches Interesse an dir. Und auch hier die Wirkung davon. Er hat diese Grenze respektiert, finde ich auch gut. Gespräche mit Freunden, Familie haben mich jedoch bestärkt, offen zu sein, einfach zu schauen, ob sich das entwickelt. Tja, was soll ich sagen? Mit der Zeit gab es doch eine Annäherung und ich genieße es unheimlich, ihn als Mann kennenzulernen. Ja, und das steht hier absolut zu. Also meiner Ansicht nach gibt es überhaupt nichts. Es ist ja noch nicht mal Familie, also ist das Familie? Weiß ich nicht. Und die sind getrennt. Du suchst das Gespräch sogar mit der Familie. Du darfst daten, wenn du willst. Da kann ich nichts anderes zu sagen. Wir harmonieren, fühlen uns auch zueinander hingezogen. Es fühlt sich sehr ruhig, warm und schön an. Wunderbar. Er hat meiner Cousine dann auch vor circa zwei Wochen für unsere Annäherung erzählt. Und sie reagierte sehr entspannt, wohlwollend und freundlich. Also, ist auch gut gelaufen. Sie sagte mir auch, sie freut sich für uns und wünsche mir alles Gute. Sie hat damals die Trennung ausgesprochen, danach gedatet und ist seit anderthalb Jahren in einer glücklichen Beziehung. Nun hat sie sich vor ein paar Tagen erneut gemeldet und sie habe gemerkt, dass unsere Annäherung ein No-Go für sie sei. Ja, was ist das denn jetzt so plötzlich? Sie ist traurig und wütend, will keinen Kontakt mehr zu uns und wird sich auch aus meiner Familie zurückziehen. Ja, ich denke, ich weiß, was da passiert ist oder ich vermute es, dass sie eigentlich damit fein war. Und dann hat sie mit irgendwelchen Freundinnen oder Freunden oder was weiß ich, wem geredet, Arbeitskollegen. Und die haben mir gesagt, was? Das geht ja gar nicht, dein Ex-Mann. Und ja, und haben sie wahrscheinlich dann eine andere Meinung gebracht irgendwie. Jetzt kann ich natürlich verstehen, also ich hatte das auch mal, dass ein Kumpel von mir eine Ex-Freundin gedatet hat. Also ich finde, das kann man Leuten nicht verbieten. Was man schon erwarten kann, ist, dass man informiert wird darüber irgendwie, dass man zumindest seine Meinung dazu sagen kann. Klar, es gibt so einen Bro-Code oder irgendwie sowas, dass man das nicht macht und so. Ist nicht so, als ob ich das nicht verstehen kann. Aber ich meine, ihr seid jetzt echt erwachsene Menschen und es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie sich aus so einer Laune entwickelt auf einer Party, sondern ja, es hat langsam gewachsen. Ihr habt halt Gefühle voneinander, muss man sich jetzt auch nicht das Erlaubnis abholen von dem ganzen Dorf irgendwie, dass ihr das machen dürft. Also, aber man muss natürlich, was man hier auch sieht, man muss natürlich in Kauf nehmen, dass das unter Umständen Menschen Trigger hat. Das sind natürlich häufig auch so Ego-Geschichten, also man, vielleicht kommt sie auch ins Nachdenken, vielleicht denkt sie auch, wenn du den so gut findest, vielleicht hätte ich ihn doch nicht abschießen sollen irgendwie. Das ist ja manchmal auch so, dass man dann so in Gedanken kommt, wenn andere den daten, wieso habe ich mich eigentlich getrennt? Also, aber das sind ja letztlich so Ego-Sachen, das kennen wir natürlich alle irgendwie, ne? So, dass uns die Dating-Entscheidungen von unserem Umfeld, also das ist uns ja wichtig, ne? Wen finden die gut? Wir wollen natürlich, dass unsere Freundinnen oder Freunde wollen auch, dass die unseren Partner gut finden und alles, ne? Oder auch, wenn wir den nicht mehr gut finden, dass sie den auch nicht mehr gut finden. Und jetzt sagst du aber, nee, ich finde deinen Ex-Mann aber gut und weiß nicht, vielleicht irritiert sie das auch. Aber ganz ehrlich, das ist alles letztlich nichts mit dir zu tun, ne? Wenn sie daraus jetzt so einen riesen Fass drauf machen will, soll sie es machen, ne? Das ist jetzt auch nicht in deiner Macht, ob sie sich aus der Familie da zurückzieht oder nicht, ne? Also, finde ich auch echt ziemlich überreagiert, aber mein Gott, wenn sie jetzt so getriggert ist, dann ist es eben so, ne? Sie sagt, sie kann ihn nicht innerhalb der Familie in einer neuen Rolle sehen. Ja, das ist halt so. Und ist traurig, weil sie nur eine wichtige Beziehung verlieren wird. Ja, das klingt für mich so ein bisschen nach emotionaler Erpressung so. So, wenn du das jetzt weitermachst, dann siehst du, was das mit mir jetzt macht irgendwie. Aber das ist ja ihre Entscheidung, dass sie sich zurückzieht. Also, ja, guten Weg und gute Reise, soll sie das machen, ne? Das finde ich immer witzig, dann Leute, sie schießt den ab, aber will dann noch kontrollieren, wen er dann in Zukunft datet. Also, das macht irgendwie auch keinen Sinn, ne? Ich habe Verständnis signalisiert und kann ihre Irritation auch verstehen. Ja, das finde ich gut. Frag mich aber auch, ob ihre nun verspielte Reaktion nicht doch sehr dramatisch ist. Ja, aber da wirst du nichts dran machen können, ne? Dann wählt sie eben einen dramatischen Weg. Das ist jetzt ihre Realität gerade und, ja, das ist halt so, ne? Wir hatten bislang nur selten Kontakt und ich frage mich, was meine Entscheidung mit dem Kontakt zu meiner Familie zu tun haben muss. Ja, für dich macht das keinen Sinn, aber für sie scheinbar schon und... Aber wir können nur unsere eigene Spielfläche kontrollieren, was andere Menschen machen. Keine Kontrolle drüber. Nun bitte ich um eine Einstellung der Situation. Ist es moralisch verwerflich, mit dem Ex-Mann der Cousine eine Beziehung einzugehen? Ja, sicherheitshalber gucke ich doch nochmal in mein schlaues Buch rein. So, gucken wir mal erstmal, warte mal, Kapitel über Cousinen. Männer, Hex-Männer, neue Dates, Verwerflichkeit. Ne, ist nicht verwerflich. Super, hast Glück gehabt. Danke schon mal für die Beantwortung, deine Arbeit und die tausendfach hilfreichen Tipps der vergangenen Jahre. Ja, danke für, weiß ich sehr zu schätzen, für deine treue Zuhörerinnenschaft und dass du meinen Kanal unterstützt. In diesem Sinne, vielen Dank, viel Spaß mit dem Ex-Mann deiner Cousine und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben. Ciao, ihr Lieben.